Kegs ist laut und überall wo sie ist, ist es laut und ja, wenn sie könnte, würde sie auch die Musik in ihrem Herzen so laut stellen, dass sie ihre innere Stimme nie wieder hören müsste, aber wenn sie ganz genau hinhört, dann ist sie allein, total allein. Untertitelung des ZDF, 2020